Hi, ich bin's Bettina. Habt ihr diese Woche schon was vor? Schaut mal, das da hinten, das sind Luna und ihre Mama und wir probieren diese Woche mal was ganz Neues aus. Und zwar testen wir dieses tolle Buch hier aus. Die Autoren dieses Buches arbeiten gerade an 52 spannenden und total abenteuerlichen Freizeitideen für euch und eure Familie. Diese Ideen kosten fast nichts und ihr braucht auch fast nichts, außer eure Hände, euren Kopf, euer Herbst und ganz viel Neugierde. Mal sehen, was uns in Woche 22 so erwartet. So, dann schauen wir doch mal rein. Oh, die Seiten sind sogar verschlossen. Ein Buch voller Geheimnisse. Dann muss ich es wohl aufschneiden. Ich bin total gespannt, was wir hier am Wasser alles machen können. Wahnsinn, welche Kraft die Natur hat. Super, in der Natur ist es so einfach, Koordination und Bewegung zu trainieren. Wow, Luna, hast du das gerade gebastelt? Das sieht aber toll aus. Seht ihr, die Natur macht total kreativ. Na, neugierig geworden? Das Buch macht euch für jede Woche im Jahr Vorschläge, was ihr in der Natur erleben und lernen könnt. Denn auch vor eurer Haustür gibt es so viel mehr zu entdecken, als ihr denkt. Seid offen für Neues und entdeckt auch die kleinen Dinge im Leben. Das Buch heißt, diese Woche schon was vor? Ein Buch zum Mit- und Zusammenmachen, anmalen, sammeln und natürlich planten. Ach, das hätte ich fast vergessen. Habt ihr auch noch Ideen, die unbedingt in den Mitmachkalender hinein sollen? Dann meldet euch gerne bei mir oder auf Instagram unter dem Hashtag 52 mal was vor. Ich lass bald wieder von mir hören und sehen. Bis dahin, bleibt natürlich!